Ich kann Ihnen sagen, in Deutschland sehen Sie große Feuerwerke. Sie sehen aber auch natürlich in Österreich weiter. Und zwar Donauwalzer gibt es und natürlich auch die Vomarin im Stephansdom. Ja und bei uns in der Schweiz, da geht es weiter mit Feuerwerk aus verschiedenen Städten. Aber danach sind wir natürlich wieder für euch alle da. Und wir wollen ja noch feiern, wir sind noch gar nicht fertig mit Feiern. Auf jeden Fall, darfst du das Glas schon mal reißen. Auch für Sie zu Hause, meine Damen und Herren, erheben Sie das Glas. Die letzten zehn Sekunden zählen wir gemeinsam runter und die beginnen jetzt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Prost, Deutschland! Prost, Deutschland! Prost, Deutschland! Der ORF wünscht Ihnen ein schönes neues Jahr. Ein glückliches Jahr. Und gute Unterhaltung wünscht Ihnen ein Juwelier Wagner Wien. Prost, Deutschland! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020